Ich muss ja was aus dem Programm sagen, sonst glauben die Leute ja, es kommt das, was ich hier sage. Aber das stimmt ja nicht, es kommt ja was anderes. Zu Beginn sage ich guten Abend, ich begrüße Sie auf diese Art und Weise. Dann verbringen wir 50 Minuten miteinander, ich auf der Bühne stehend und Sie im Publikum. Ich sage hoffentlich interessante und lustige Sachen. Dann gibt es eine Pause, steht zur freien Verfügung. Sie können sich Brötchen kaufen, ein Bier, Wein oder Sie können auch Spinatstrudel marinieren, wenn Sie einen mithaben und das Sie beschäftigen und interessieren. Dann nach der Pause komme wieder ich auf die Bühne, sage wieder 50 Minuten interessante und hoffentlich lustige Sachen. Dann verbeuge ich mich und wenn alle weg sind und ich auch, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Vorstellung vorbei ist. Es gibt nachher Geschenke, die müssen Sie sich allerdings selber organisieren.